Wie werden Diamanten hergestellt? Druck, 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 Druck! Ah, ist das schön! Cycling in the rain. Jetzt schaue ich mir den Gasometer an, weil manchmal regnet es in Pforzheim und dann gibt es eine sensationelle fotografische Alternative. Ein riesengroßes Foto! Sag mal, hast du ein T-Shirt für mich? Weil ich kann ja nicht oberkörperfrei da reingehen. Okay, danke. Und was auch nicht viele wussten, ist, dass Pforzheim die fünftgrünste Stadt Deutschlands ist. Die einzige Stadt, in der ein Naturpark innerstädtisch losgeht. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ja, im Gasometer in Pforzheim. Ein idealer Standort jetzt für die 360-Grad-Panoramen von Jardegar Assisi. Und jetzt haben wir momentan das Naturpanorama Great Barrier Reef, was wir uns jetzt gleich in Pforz anschauen werden. Krass! 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 Das war tatsächlich das größte Foto, was ich je gesehen habe. Mega, 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 sehr beeindruckend. Super Geheimtipp, wenn mal schlechtes Wetter ist in Potsdam. Du gehörst doch hier garantiert dazu, oder? Ja, klar. Hallo, ich bin Frau. Hi, Julian. Hallo, Julian. Grüß dich. Und du hast es hier gebaut? Mit vielen anderen, ja. Okay, dann zeig mal kurz, was das ist. Surfen in Pforzheim. Mitten in Pforzheim. Ich habe wenig erwartet, nachdem ich in Australien die Unterwasserwelt angeschaut habe, was hier los ist. Glaubst du an? Das ist eine stehende Welle. Genau, das ist eine stehende Welle. Wir haben hier den Kanal genutzt und gedacht, was kann man in Pforzheim noch Cooles machen. Irgendwas mit Wassersport, naturnah. Und dann haben wir hier eine Welle gebaut. Dann setzt du dich da her. Das Blatt unter die Füße. Und dann kannst du aufsteigen. Kann ich das jetzt machen? Ob du das machen kannst? Ja, darf ich. Du bräuchtest noch einen Helm und eine Preilschutzweste. So, mache ich mich jetzt mal fertig. Und weil wir ja hier im Internet sind, wirft man das einfach hoch und auf einmal ist man da drin. Oh, verrückt. Schuhe sind wichtig, weil da sind Steine drin. Wenn du merkst, dass du abhaust, abspringen, ja? So, na Paul? Wie war's? Mega. Erfrischend. Das Wasser ist sehr frisch und sehr schön. Ja, schön. Vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Ja, gerne. Schön, dass du da was. Oh, ich schmitte noch mal. Da bin ich. Hey. Ich bin Paul. Jasminer. Jasminer. Was genau tust du? Hauptsächlich designe ich Schmuck. Können wir da lang? Das ist das schönste Haus, was ich heute gesehen habe. Ja, das finde ich auch. Das muss ich sagen. früher kam 98 Prozent der weltweiten Schmuckproduktion aus Pforzheim. Heute immerhin 95 Prozent der deutschen Schmuckproduktion. Merkst du die Tradition für Schmuck machen hier? Auf alle Fälle. Deswegen das ist auf jeden Fall ein Grund, warum ich hier geblieben bin. Also die Industrie ist der Wahnsinn hier. Egal ob es Kettenproduktion, Diamant-Händler, Scheideanstalten sind. Also wir beziehen alles von hier. Made in Pforzheim. Alles Made in Pforzheim. Absolut. Verkaufsraum von dir? Ja, genau. Wow. Sieht aus, als kommt es aus L.A. Hier gibt es noch eine Werkstatt. Also ihr macht auch wirklich, ihr stellt Schmuck hierher. Alles hier. Kann ich da auch irgendwas machen? Können wir uns das mal anschauen? Ich bin Paul, hallo. Ihr kennt euch ja wahrscheinlich. Ja. Was machst du da gerade? Lasern habe ich gehört. Genau, ja. Kann dann da was kaputt machen? Nö. Nur zur Sicherheit. Und dann haben wir uns ja noch überlegt, dass wir deine, ich habe mir deine Marke angeguckt. Ja. Farid. Und ich finde die Katze so süß. Und dann haben wir gedacht, du sägst hier gleich bei der Anna die Katze aus. Sehr gerne. Und dann machen wir dir da draußen einen individuellen Anhänger oder so einen Schlüsselanhänger. Boah, sofort. Ja. Mein Gott. Oh, ist Kätzle. Abracadabra. Simsalabim. Geil. Krass. Und das ist deine erste Pari-Kette, die ich schon ziemlich cool finde. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Gern geschehen. Sei stolz. Also bist du hoffentlich auch. Das ist wirklich großartig, was du hier erreicht hast. Danke. Und ich werde wiederkommen. Kann ich ein Praktikum machen vielleicht? Jederzeit. Ja, jederzeit. Schon schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.